Wir sind im sächsischen Moritzburg in unmittelbarer Nähe des berühmten Schlosses. Einst Kulisse für den Filmklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrückel. Hier in zweiter Reihe hat Thorsten Küllig vor neun Jahren ein Gartengrundstück gekauft. 2600 Quadratmeter für 33.000 Euro. Zwei Doppelgaragen stehen drauf, ansonsten nur Garten und Wiese. Was nach Idylle aussieht, kommt ihn nun teuer zu stehen. Laut Bescheid des Finanzamtes ist sein Grundstück nun knapp 852.000 Euro wert. Und das, obwohl er hier gar nicht bauen darf. Dementsprechend wird auch die Grundsteuer steigen. Bisher zahlte er 40 Euro im Jahr. Noch kennt er den neuen Hebesatz der Gemeinde Moritzburg nicht. Legt man den derzeit aktuellen zugrunde, müsste er im nächsten Jahr etwa 2.500 Euro zahlen. Also das 60-fache. Ich merke schon deutlich, wie dieser fiskalische Würgegriff zum 1.1. langsam zugreift. Und das macht einen schon ein bisschen unentspannt. Weil ich habe ja mehrfach versucht, auch, sagen wir mal, eine Brücke zu bauen. Aber da habe ich halt seitens der Politik und auch seitens der Finanzverwaltung keinen, nicht mal einen Ansatz, sondern einen Hauch von Bereitschaft erkannt. Holger Höhne im benachbarten Meißen wurde vom Finanzamt sogar faktisch zum Millionär gemacht. Zu seinem Wohnhaus, das seit Generationen in Familienbesitz ist, gehören mehr als 8000 Quadratmeter Land. Größtenteils Landschaftsschutzgebiet, das nicht bebaut werden darf. Trotzdem bewertete das Finanzamt nicht nur die Fläche ums Haus, sondern das gesamte Grundstück als baureifes Land mit 119 Euro pro Quadratmeter. Sein Grundstück wäre damit mehr als eine Million Euro wert. Auch er kennt den Hebesatz, also den Faktor, mit dem seine Gemeinde die Grundsteuer berechnet, noch nicht. Würde er gleich bleiben, erhöht sie sich auch bei ihm von 89 auf etwa 800 Euro. Ein Betrug ist ja, man kann ja sagen, unverschämt. Was soll man da für Ausdrücke finden? Ja, weil man das jetzt vereinfacht hat und vom Ministerium, kam ja dann die Antwort ja auf kleinteilige Sachen, können wir keine Rücksicht nehmen. Das wäre mit eingepreist. So frage ich mich, was hier kleinteilig ist. Das ist ja eine Erhöhung von mehrere hundert Prozent. Dass Grundstücke und Häuser in Deutschland überhaupt neu bewertet wurden, hängt mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 zusammen. Die Richter hatten die alte Grundsteuer als verfassungswidrig eingestuft, da sie auf veralteten Grundstückswerten behut. Die damalige Bundesregierung beschließt eine große Grundsteuerreform. Sie soll etwa 36 Millionen Grundstücke neu bewerten. Dabei sollen die Gemeinden nicht mehr Steuern einnehmen als bisher, so das Versprechen. Das ist eine sozial gerechte Lösung, die auch dazu beitragen kann, dass das in unserem Land überall akzeptiert wird. Das Versprechen des damaligen Finanzministers Olaf Scholz empfinden Grundstücksbesitzer wie Thorsten Küllig als schlechten Scherz. Er ist zum Anführer einer Gruppe von Gleichgesinnten in Sachsen geworden. Sie nennen sich die Grundsteuer-Rebellen. Was sie eint? Die neuen Bewertungen durch das Finanzamt hätten mit dem tatsächlichen Wert ihrer Grundstücke wenig zu tun. Deshalb haben sie Einspruch eingelegt, wie mehr als sechs Millionen Grundstücks- und Wohneigentümer in ganz Deutschland. Das Problem der Grundsteuer-Rebellen in Sachsen, ihr Bundesland sowie zehn weitere wenden das sogenannte Bundesmodell an. Es wurde vom Bundesfinanzministerium entwickelt und gilt als sehr kompliziert. Die übrigen Bundesländer haben eigene Modelle, die zum Teil viel einfacher sind. Steuerexperten wie Professor Gregor Kirchhoff halten das Bundesmodell sogar für verfassungswidrig. Das Bundesgesetz verstößt vor allem gegen den Gleichheitssatz. Und das spüren wir gerade an der großen Unruhe in der Bevölkerung und an den zahlreichen Fällen, die zu nicht nachvollziehbaren Bewertungen führen. In manchen Fällen mag das Gesetz auch eine richtige, eine treffende Bewertung führen, aber die Vielzahl der Fälle, die zu unsachgerechten Bewertungen führt, ist einfach existent. Eine wesentliche Rolle bei der Bewertung spielen die Bodenrichtwerte, also der Wert des Bodens in einer bestimmten Lage. Doch dieser Wert sei viel zu ungenau zur Berechnung einer Steuer, so Kirchhoff. Die Richtwerte wollen in einer Richtwertzone grob über die Lage informieren. Und das machen sie auch. Aber wenn man dann die genauen Grundstücke anschaut, dann hängt es zum einen vom Zuschnitt des Grundstücks ab. Das kann sehr groß sein, aber so zugeschnitten sein, dass man nicht wirklich bauen kann. Das zeigt sich auch am Fall von Thorsten Küllig aus Moritzburg. Obwohl er gar nicht bauen kann, hat das Finanzamt sein Grundstück genauso bewertet wie die Häuser in der ersten Reihe. Größtenteils mit dem Bodenrichtwert von 308 Euro pro Quadratmeter. Das Bundesmodell hat noch einen Nachteil. Es führt vielerorts, wie hier in Gladbeck, zu einer Lastenverschiebung. Das heißt, Gewerbeimmobilien kommen günstiger weg als bisher. Privater Wohnbesitz wird deutlich teurer. Die ersten Hochrechnungen der Stadt zeigten ein fatales Ergebnis, so Bürgermeisterin Bettina Weist. Tatsächlich ist dann aufgefallen, dass insbesondere die Ein- und Zweifamilienhäuser bei uns in der Stadt sehr stark belastet worden wären und das Gewerbe sehr stark entlastet. Und das führt natürlich zu einem Gegeneinander auch und das finde ich nicht tragbar. Um dieses Ungleichgewicht etwas zu korrigieren, hat die Stadt letzte Woche entschieden, für Gewerbeimmobilien die Hebesätze zu erhöhen und für Wohnhäuser die Hebesätze zu senken. Trotzdem werden im Ergebnis an die 50 Prozent der privaten Wohneigentümer mehr bezahlen. Ähnlich wie Gladbeck geben aktuell die ersten Städte ihre neuen Hebesätze bekannt. Zum Beispiel Berlin. Hier wurde der Hebesatz für die Grundsteuer von 810 auf 470 Prozent gesenkt. In Hamburg hingegen verdoppelt er sich nahezu. Bremen plant eine Erhöhung von 695 auf 755 Prozent. Dass etwa 90 Prozent der Haushalte immer noch nicht wissen, was auf sie zukommt, hält Kai Warnecke von Haus und Grund Deutschland für echtes Staatsversagen. Was wir in diesen Tagen sehen, ist, dass viele Städte und Gemeinden noch keine Hebesätze erlassen haben. Das heißt, für viele Bürgerinnen und Bürger ist nicht klar, wie teuer es werden wird. Dort, wo es schon Hebesätze gibt, erleben wir zum einen, dass es für den Einzelnen zum Teil das Acht-, das Zehnfache dessen wird, was er oder sie bisher gezahlt hat. Drohen tatsächlich flächendeckende Steuererhöhungen? Aktuelle Berechnungen von Haus und Grund zeigen, dass selbst in Berlin, wo der Hebesatz erheblich gesenkt wurde, Hausbesitzer 90 Prozent oder gar über 200 Prozent mehr an Grundsteuer zahlen müssen. Das zuständige Bundesfinanzministerium schreibt dazu, dass es für Einzelne zu einer Mehrbelastung komme, sei notwendig, weil die bisherige Grundlage für die Steuererhebung nicht realitäts- und relationsgerecht war. Das neue Bewertungsrecht gewährleistet eine Neubewertung der Grundstücke nach objektiven Kriterien. Für Thorsten Küllig ist die Bewertung seines Gartengrundstücks wie Bauland alles andere als objektiv. Immerhin, der Bundesfinanzhof räumt Betroffenen wie ihm nun das Recht ein, sich zu wehren. Das hatte das Gesetz bisher nicht einmal vorgesehen. Dazu muss allerdings die Überbewertung des Finanzamtes mindestens 40 Prozent betragen. Und durch ein zertifiziertes Gutachten nachgewiesen werden, das Thorsten Küllig auch noch selbst bezahlen muss. Das halte ich für einen Skandal, weil ich muss im Grunde, ich wäre finanziell zur Rechenschaft gezogen für eine Sache, die ich nicht zu verantworten habe. Thorsten Küllig glaubt, dass der Ärger erst richtig losgehen wird, wenn die neuen Grundsteuerbescheide verschickt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017